So Freunde, ich mache eine Pause vom Anime-Minuten-Cut, der am Sonntag online kommen wird. Es wird ein sehr, sehr großes Video werden, ich freue mich enorm drauf. Wir sind zurück im Meme-Mittwoch, heute eine der letzten Episoden, denn nächste Woche gibt es eine Special-Episode. Seid auf jeden Fall darauf gespannt. Wie immer, lasst ihn mal nach oben da, Abo auf den Kanal, folgt mir auf Instagram, aber auch bitte Sina, den ich unten in der Videobeschreibung verlinke, denn ihm könnt ihr neue Memes zuschicken, die es dann eventuell in die nächste Folge von diesem Format hier schaffen können. Wie immer, vielen Dank für den ganzen Support und wir gehen rein. Ich, wenn sie schreibt, dass sie heute Abend stumm bleibt, ich kann diese Memes nicht mehr sehen. You say run, Deku-kun rennt los, als wäre nichts am Start. Das ist doch nicht das. Geil Drip, ne? 됩니다. Nee, es ist nicht der Text. Anyways, moving on. Ich, wenn mein Kollege in Mathe auch eine 5 geschrieben hat. Together, Ape Strong. Komm mit mir, mein Bruder. Die Klasse wiederholen. When you spend all your money on Pokémon. Weiß nicht, was du meinst. Weiß nicht, was du meinst. Und ich habe Sugar-Water für Dessert. Ich gehe all aus. Sugar-Water, ich gehe all aus. Ich fache, nachdem ich mir ein Video gezeigt habe. Boah, Alter, das fühle ich auf einen anderen emotionalen Level. Ja, Bro. Das war echt gut. Bro, Sonic ist in der Mitte. Die Discord-Server-Message sind leakt. Vegeta, wir müssen die Erde aufbauen. Bro, 10 von 10 Memes, Alter, nein. Bro, wenn ich spreche, bin ich in Trouble. In big trouble. Tim, Tim, Tim. Dein Drum wird hier sowas von auseinandergenommen. Boah, was für ein Midi-Stroh. Wenn jemand dich fragt, wie du so viel über Pokémon wüsstest. Bitte nix Gottloses, bitte nix Gottloses, bitte nix Gottloses. Seht ihr diese Fresse? Seht ihr diese Fresse, meine Damen und Herren? Das ist die typische, einmalige, ganz glasklaube Cynthia-Erfahrung. Wenn jemand mich ein neuer Anime-Fan kenne, aber ich habe es auf YouTube in 240p gesehen, ist ein Spanier-Sub split into 25 Parts in den Körnern des Schraens mit einem B- in den Körnern des Schraens mit einem B- Ach, so die schwarzen Balken, Bro. Schwarzer Balken-Squad, rise up! Du bist nicht der Mann. Und du? Absolut. Ich habe eine Frage für alle Männer. Was für die F*** willst du? Männer wollen nur Super-Siener werden, sie wollen, um den Banker zu erreichen, um den Ahakila und Rasen-Gun zu werden, um den Hoka-Gun zu werden und um den King of Perrots zu werden. Mehr nicht, als wäre das zu viel verlangt! Wait, can I call you Nami? Nami? Like One Piece? Yeah. Really? You gotta look like Nami. What's that? Yeah, apparently he's like Nami. You don't have big tits like Nami, you don't have big tits like Nami, you don't have that. Nah, I'm trying. Bro, Speed had Asian-Riss? International-Riss? Damn, Bro! Guy is built different. Guy is built different. Guy is built different. Stieren-Operation? Ich hab keine... Also meine... Meine Stirn... Meine Stirn... Ähm... Meine Stirn... Ist nicht... Zu breit oder so... Also meine Stirn geht's eigentlich ganz gut. Es war so klar! Subtitles, farting noise, deaf people reason that farting makes a noi- The king felt true fear for the first time. Oi, 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 oi. Tell me the sound that sounds better than this. Oh, T-Riss! Oii, oi, oi. Oii, oi, oi. Bro, I can't. I can't. Ich weiß einfach nicht mehr. This is the most girl thing I've seen today. Naja, ich hab nichts. Ich hab... Also, Digga, ich hab wirklich nichts. Ich weiß nicht mehr, was ich Sinan sagen soll. Ich hab nichts mehr. Was soll ich denn sagen? Es ist... Ey, was soll ich denn sagen? Berserk? 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 Oder war das aus der Bleach-Folge? Das war aus der Bleach? Ich weiß nicht. Meine Reaktion, wenn die Perle sagt, dass sie keinen braucht, der von ihr nur das eine will. Okay. Ist gut. Bis dann! oi 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 one piece baby frankie big titinami chopper the raccoon brooklyn scheiß brooklyn long nose usopp robin oi oi ich weiß, dass einige ihn wieder so dumm finden und kindisch finden und was auch immer jetzt sag ich ehrlich, ich bin auf dieser Erde, ich bin nicht auf dieser Erde, um mich irgendwie abzufacken wegen solchen Sachen ich, bro, ich genieße einfach den Content und lache mich kaputt und das, das ist genug für mich I call this everything in the ocean, seven seas everything that's in the ocean is in this pot bro, so sieht das aber aus Isaac Newton after discovering that if you don't move something, it doesn't move man, wer schreibt mir denn wieder auf whatsapp? wenn du rausfindest, dass dein tinderella faceapp studiert, dass deine tinderella faceapp studiert und auch bei Gewicht 15 bis 20 Kilo etwas geflunkert hat was lab, was ist das für ein über... hä? du hast mich damals einfach verarscht du hast mich total verarscht und deshalb werde ich mich mit dir niemals vereinigt, niemals ich verstehe den nicht ich verstehe den nicht kommentare helfen mir, ich verstehe den nicht no one literally no one me pretending to be sick tonight Ey, nein, Bro Ich fühle ihn so auf dem emotionalen Level Wer kann es nicht? Mama morgens anrufen Aber ich bin krank, ich habe Bauchschmerzen Ich kann heute nicht zur Schule und dann 20 Minuten später Oh yeah, Baby Aber warte mal Wer von euch fühlt den, Freunde? Rise up, man Rise up, we are the North Day Squad, Baby When your grandma says you must have so many girls But you have always left on scene Oh, you are always left on scene That's enough of your lies Private, do you not realize my humiliation? Teacher, only one person failed the test But I won't say who, also in T-Shirt Ja, die haben wir nicht gesehen Bro Das ist Oh, es ist 5 geschrieben 10-year-old me, after my very beautiful test Begum zu smash die Leiche Ey, guys Smash den Like-Button Ihr wisst, was zu tun ist Her, Babe, promise that you won't leave me after we sma- Was ist denn die Wegeta los? Bro Alter, das ist einfach eine Wegeta-Folge Das shit hat mich krihend Ich habe meinen Ass Oh my God Is this a? Is this a? Is this a? Bro, das ist der most cursed shit, den du heute sehen wirst. Das macht no sense. I don't know what you're talking about. Bruh. What do I like you? Huh? What do you look like? Are you able to do this, even though you have the aesthetic? Can you do this? Can you do this? Left to right. Can you do that in the chat? Can you do that? That's what I'm trying to ask you. Can you do that? Was für ein Legendary Clip ist das denn gewesen? Hey, no, stop, just calm down, don't do it, Gohan, you're not going out there. I'm just kidding, Jiko character-wise, they're a bit pissed. Bro, Jiko was such a cool character, and in the live action, he just hated the name. Cut. Gohan, 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 gohan. What the hell? Most struggling tourists are 10 out of 10? Backhand 350 pound whale of a friend. Oi, 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 oi. Sanji saw the all blue? Bro, er hat den all blue aber anders gesehen, was geht'n bei ihm ab? You should watch anime series. We watch anime series. Dragon Ball. Ach so, One Piece war das erste, Black Clover. Dr. Stone, baby. Vegeta didn't let it sl- Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oh, no. Oi, 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 oi. Oh mein Gott, das ist ein Exorcism. Ich hab das noch gesagt, also. Ich hab das noch gesagt, bro. Ich hab das noch gesagt, wenn du ihnen sagst, dann kriegst du einen Jobfruits. Nein, Mann. Alter. Leute, nachdem der Discord nicht mehr expires. Ey, man kann's mir Discord ausgeben. Wtf? Hat ein bisschen gedauert, aber dann hat's gerattert. Schaut vorbei, mein Schinks. Theorin, schaut vorbei. Schaut vorbei, Schinks. Leute, schaut vorbei, mein Schinks. Geiles Outro, Leute. Das war die Anime-Meme-Mittwoch-Folge. Es wurde gekocht, wie gesagt... Es wurde gekocht, Hilfe. Wie gesagt, nächste Woche neue Episode. Special Episode mit Sinan zusammen. Das wird auf jeden Fall geil. Freut euch darauf. Sonntag alle Minuten. Returnt auf den Hauptkanal. Wird sehr big über der Stunde. Ich hab mies Bock darauf. Und ja, Leute. Ich lebe uns raus für den schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Schaut vorbei, Schinks. Tschüss. 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 Tschüss.